es kommt so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal hier ist wieder stürme ja heute gibt es ein pack and play gegen an boxing im play als den julian und zwar öffnet jeder hier fünf booster der neuen serie die 365 2019 daraus machen wir da aus diesen karten stellen wir eine mannschaft und diese mannschaft machen wir dann in fifa 18 und dann spielen wir gegeneinander ich hoffe dass ein paar gute spieler hier drin ab und ja dann kommt jetzt erst mal das intro ja dann starten wir mal mit dem ersten booster hier wir legen diesmal auf die seite hier also torwart bräuchten wir auf jeden fall hier haben wir thomas monier hier haben wir c louis hier haben wir rahim sterling der ist eigentlich schon mal nicht schlecht hier haben wir tascheif hier haben wir lukas vasquez der ist mittelfeld und sturm sehe ich mal glaube ich wenn das stimmt und dann haben wir hier noch türka oder wieder ausgesprochen wird also hier in diesem booster war schon mal nichts arg ist drin dann gehen wir mal zum zweiten booster so hier haben wir mittelfeldspieler bernardo silber ja hier haben wir kack aber auch mittelfeld hier haben wir eine multiple mit um tidi und dem belay also von denen können wir euch einen nehmen hier klappt bächer von real madrid dann haben wir noch nicolas otamendi ein abwehrspieler der ist schon mal nicht schlecht und dann hier marco asensio und stürmer das wäre auch mal nicht schlecht schauen wir hatten wir überhaupt schon haben 1 2 3 4 5 6 also von den doppelten hier also wo doppelt spieler draußen zählt natürlich nur einer so weiter geht's hier über eine rakete der kommt auf jeden fall mit ein euro bin ich tun natürlich noch welche aussortieren so ist das nicht wo wir haben sich was kann denn der spielen mittelfeld hier haben wir saul noch mal mittelfeld erlangen und der hut da gut finde ich jetzt natürlich nicht so nice also mittelfeldspieler habe ich auf jeden fall genug ich bräuchten torwart habe ich noch kein torwart gezogen gierko costa ich muss gucken ja mal koke mittelfeld und sturm also sturm kann man den auch ansetzen so sieht das nicht aus oh bufond ich denke mal bufond erzählt da hätten wir schon mal ein torwart spieler ram sterling den habe ich ja schon dann haben wir hier an ort schien abwehrspieler hier haben wir noch mal ein mittelfeldspieler antonio kandreva schauen wir mal was hier noch drin ist und dann schauen wir uns mal an welche mit welcher mannschaft wir gegen julian spielen zielinski dann haben wir hier leo muhrer hier haben wir ein abwehrspieler matthia de giglio da schauen wir mal oh ja naikolan also den finde ich echt nice den nehme ich auf jeden fall wahrscheinlich mit bril embalo und hier jodi alba der kann abwehr und mittelfeld anscheinend ja jetzt schauen wir mal was wir hier haben also ich möchte mit einem also ein torwart ist ja wohl klar torwart ist hier so eine vierer abwehrkette auf jeden fall jetzt schauen wir mal alba haben wir hier als mittelfeld als abwehrspieler dann haben wir hier den nach sturm der kann glaube ich mittelfeld hier roben auf jeden fall über die rechte rechts außen über die rechte rechts außen oder habe ich dann noch jemand anderes gehabt mal kurz gucken haben schick koste naikolan auf jeden fall hier ins mittelfeld mit rakitic ich bräuchte noch ein abwehrspieler dann machen wir hier um die die da haben wir noch otta mandy den machen wir hier hin so hoffentlich sieht man noch alles nein sieht man natürlich nicht ach ein aufblick so so und so die vierer abwehrkette dann hier ist mittelfeld kann rakitic eigentlich defensiv spielen weiß ich gar nicht weil dann würde ich ja lieber so spielen mit einem Asensio Sterling Silber ich hole hier rayham sterling noch als offensiven so eins und vier sind fünf sechs sieben acht neun noch zwei spiele noch einer über außen hier dann nehmen wir ja wie nehmen wir denn da haben sie geht raus 84 dann nehmen wir hier Asensio über links und Costa ich nehme Costa hier in den Sturm so so was würdet ihr zu dieser Mannschaft sagen also ich hoffe dass es in Ordnung ist so ich hoffe dass julian nicht so eine starke Mannschaft hat aber so bei seinem packlack im Moment ja keine ahnung ja checkt mal seinen kanal ab ich verlinke ihn unten unboxing im play schaut ihm schaut sein video an so hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme hier kommt jetzt das rückspiel das hinspiel kam bei unboxing im play und hallo ja und sagen die leitung der heutigen partie übernehmen so mag spannend das rückspiel ist ja unentschieden ausgegangen ob ich hier mal jetzt was reißen kann real madrid also das denke ich mir auch gerade so bei ihnen wird heute sicher viel über die außen gehen wir haben doch so ich hab was hier 3 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 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 11 11 11 14 14 16 16 17 15 15 15 15 15 hat er abgefälscht ja ich war nicht ecke ball toni groß hat ja auch noch stark 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 der starke mannschaft hier der julian er hat einfach im moment so hier mein lieblingsspieler mann nicht das team genommen habe wo ich die bergung war weil ich erst als team nehmen aber dann habe ich gedacht ne letztlich ist das extra hoch weil er helflich Lewandowski und Dybala noch gehabt dann wird es richtig belastend geworden so kommt der Schuss nicht durch da kommt er noch dazwischen her ich habe ja auch nicht so arg schnelle spieler was soll das so neigolan das können die chance werden verdammt beste chance hier bis jetzt meine hände okay die sind voller schuhe ixl schweiz nein wo ist bale alter wo ist bale man da schöne schüsse drauf aber ich habe von einem tor also also 20 metern haupt bale das ein oder andere bringt schon mal der hat angstfall naikolan ja der julian ja ich mag ihn nicht das spiel so ekelhaft das spielt ekelhaft gut ja verdammt hoppen saane mit der schnellzieher wie sehe ich mal gut oder schlechtes nein oh komm bale immer noch bale zieht ab bale ist einer der bau 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 er kann dazwischen bau bau weg 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 so jetzt ist erstmal pause steht hier noch 0 zu 0 ich bin gespannt diesmal wechsel ist nicht gleich alle drei ein wenn mache ich denn jetzt hier ein ich mache erstmal zwei rein so fertig so es muss ja einen gewinner geben erst spiel ging ja an julian obwohl er obwohl es unentschieden war aber egal ist das ich brauche so die mannschaft sind wieder da durchgang 2 kann beginnen hier im santiago bernabeo so bale bale irgendwie muss ich ich hätte bale vielleicht mal in die schlose schütze packen sollen dann wäre er vielleicht auch aufgehoben da kriegst man das mit ein bisschen zu unauffällig gerade noch jetzt geht vielleicht was für mad city de chileo super einsatz ja er bekommt die unterstürzung er verliert uuuh da ist er da ist er da ist er mit meinem Ball alter mit seinem kurzen x-line da so bale in diesem spiel ein faktor da ist schön schnell ist er da war einmal ganz nah ne ordentliche leistung uaa uaa modric uaa den das w understood uaa auch gewanç den uaa wo ist der Ball da es ist von uns an hier das gibt es doch nicht warum ist keiner im zentrum warum ist keiner im zentrum was soll ich da machen wo ich den jetzt mit kriegsmann gehabt er wäre automatisch ins tor gerannt voll lustig ist noch sind die minuten absolvieren setzt sich durch hat platz was machen die hier es gibt der nächste angriff so jetzt wechsle ich auch mal gleich ich habe ja noch ein stürmer normalerweise ich habe ich ja schon drauf ich habe den in verteidiger ja noch so zack 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 weiter geht's alle hier waren back hast gesehen aber das typ ist so langsam und flanke ist nicht schlechter kumpel marco essentio lang würde gefährlich werden es gibt wieder nur ein schien hier aber eigentlich brauchen wir müssen ich muss jetzt ganz schnell ein tor machen ja habe ich mir auch dafür gedacht und was für alle frische mann dafür gebracht jetzt haben wir irgendwie noch ein tor um dich zu schießen so schöne guck ist schnell im zentrum und da kommt die offizielle das spiel wird gleich ohne zukommen der mitte wie ein sieger nein das wird schon wieder ein unentschieden und die möglichkeit war 1-1 äh 0-0 verdammt ich bin echt zufrieden es kommt ich bin ich bin jetzt nein das gibt es doch nicht nein 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 das ist echt eine merken es ist das so frei nein die typ nicht auf ey boah B13 Edersten Edersten endlich das war aber auch ein Getummel ey als Nade endlich jetzt muss ich doch schnell den Ausgleich wieder machen nein wenn ich jetzt noch einen Ausgleich mache, dann ist das wieder bitter oh Bail NEIN das gibt's doch, nein NEIN ich leute nicht, da ist die trockene 3 Stunden trockene Tonic und dann 2 Aktionen das geht dann triffst du stürmer eigentlich und dann antworte ich direkt NE NIE NEI ENGOLAN NEI mach das Tor mach das ab ne Alter das geilste Spiel bis jetzt ja jetzt macht er bestimmt wieder Ausgleich das Tor ist absolut nicht das wäre so lustig da oh wieso gehen OOOOOOO NEEEEIN NEIN NEIN UUUUH AAAAAAAA Totskischerein Bail Machen JOO các nicht ich hätte dich nach dem Spielverlauf jetzt auch nicht zwingend mit gerechnet ich kann nicht klar HAHAHA DAAA GERI 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 ich GERI ich GERI ich GERI I GERI das gibt's nicht das macht echt Spaß was wir machen da ist die Flanke NO WHAA WAAA Aargh! Mein Mann! Herz, Alter! Was immer... ...was bringt... No! Nee! Woh-oh! Achtzigste, Alter! Einer muss jetzt noch schnell das Tor irgendwie schaffen! So, jetzt! Nein! Merkens! Aaaaaaah! Meeeeein! Schauen wir in diesen Jura! Was für ein wichtiges Tor! Merkens! Merkens! Ich hörte eigentlich auszuholen, aber ich hab Kries von rausgeholt, jetzt weiß ich nicht! Das gibt's nicht! Ich hab zweimal geführt! Garten von keine Chance! Nee! Boah! Das wär's jetzt gewesen! Nein! No way! No! Weg! Weg! Das gibt's nicht! Nein! 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 Ja! Uielo! A CPU! Hoodie. So, der Sieger ist ermittelt jetzt endlich. Vielen Dank.